Komm schon, komm schon. Los geht's. Whee! Guten Morgen. Ist das ein Einhorn? Yay! Komm schon. Muffel ist ein Einhorn, Muffel. Cool. Ihr zwei seht total gleich aus. Yay! Hä? Schau, Muffel. Es ist Handwerker Lawrence. Wir überraschen ihn. Handwerker Lawrence! Oh! Hallo, Kinder. Hallo, Muffel. Du siehst toll aus. Handwerker Lawrence, Muffel, jetzt. Einhorn, Muffel, hat Horn und Muffel hat Riegel. Großartig! Willst du es versuchen, Muffel? Muffel, los! Whee! Wow, du bist ein tolles Einhorn, Muffel. Oh, du bist auch ein tolles Einhorn. Einhorn, Muffel, Freunde. Muffel, glücklich. Kommt mit, auf zu einem neuen Abenteuer. Tschüss, Becker-Lawrence. Tschüss, Kinder. Oh, wow. Oh, lass uns da hin gehen. Yay. Yay. Was ist da wohl drinnen? Oh, Drache. Hallo, Drache. Oh, nein. Der Drache hat ein Baby verloren und sie kann ihr Nest nicht verlassen. Das muss der kleine Drache von draußen sein. Keine Sorge, Drache. Muffel kann helfen. Baby-Drache, wir kommen. Muffel kann helfen. Hm, mal sehen. Oh, hey. Oh, hey. Mila, Mila. Schau. Das ist der Baby-Drache. Oh, hey. Hey, Baby-Drache. Tschüss, Drachen! Wow, Triceratops-Babys, Babys! Ja, ich habe die Eier mit meiner Zeitmaschine gefunden. Sie lagen da einfach, in der Vergangenheit, ohne Eltern, die sich um sie kümmerten. Morphe! Morphe in einen Triceratops! Dinosaurier sind längst ausgestorben. Aber mit dieser speziellen Zeitmaschine können wir Dinosaurier von vor Millionen von Jahren finden. Und sie einfach in unsere Zeit setzten, damit wir sie studieren können. Aber den hier brauchen wir jetzt nicht. Schicken wir ihn heim. Oh nein! Onkel Raschie! Oh nein! Mila, benutze die Zeitmaschine und schicke mich zurück in unsere Zeit. Ich versuch's. Ja, toll! Jetzt säppe mich! Oh nein! Versuch's nochmal! Oh nein! Versuch's nochmal! Oh nein! Er hat die Zeitmaschine zerstört! Jetzt können wir die Dinosaurier nicht in ihre Zeit zurückschicken! Mila, du und Morphe müssen meine Freundin finden. Professor Tsong, sie ist auch Wissenschaftler. Sie kann die Zeitmaschine reparieren. Okay! Vorsicht, Morphle! Das ist ein T-Rex! T-Rex, keine Babys essen! Los, Morphle! Wir müssen Professor Tsong finden! Morphle, hier entlang! Die Dinosaurier laufen durch die ganze Stadt! Vorsicht, Morphle! Der T-Rex! T-Rex, keine Babys essen! Hier wohnt Professor Tsong! Professor Tsong! Mila, Morphle, was ist los? Helfen Sie uns, die Zeitmaschine zu reparieren! Wir müssen den T-Rex in seine Zeit zappen! Oh nein, der T-Rex ist fast hier! Okay, alles repariert! Schnell, Morphle! Zappe ihn! Die Zeitmaschine geht wieder! Schicken wir die anderen Saurier auch zurück! Danke, dass ihr mich gerettet habt, Mila und Morphle! Ich habe mit Professor Tsong gesprochen! Und vielleicht ist es besser, die T-Zeratops-Babys auch zurückzuschicken! Aber du sagtest doch, die Eier haben keine Mami und kein Papi, der sie beschützt! Äh, ja, aber... Morphle-Babys nicht zurückschicken! Wir können sie nicht behalten, Morphle! Morphle, Mami und Papi erlauben mir nur ein Haustier! Und ich habe doch schon dich! Keine Sorge, Morphle! Wir finden ein gutes Zuhause, Süssi! Sieh dir die Affen an, Morphle! Wie lustig! Morphle, morph dich auch in einen Affen! Affe! Morphle, sieh mal! Oh, oh, ha, ha, ha! Hey Mila, wo ist Morphel? Wir müssen nach Hause. Oh, da bist du ja. Los, dann gehen wir mal. Die frechen Affen machen wieder Unfug. Los, such sie, Roddy. Das tut mir wirklich sehr leid. Bitte schön, Madam. Gut gemacht, Roddy. Du bist der einzige Affe, der nie frech ist. Du hörst immer auf mich. Sieh mal, Roddy. Wir haben einen Affen vergessen. Er verlässt den Zoo und zwar ganz alleine. Das ist sehr umgezogen. Hol ihn, Roddy. Bring ihn sicher zurück. Okay, viel Spaß. Bis später. Schau, Morphel. Noch ein Affe. Oh nein. Er will dich fangen. Hey, wo bringst du Morphel hin? Morphel. Gute Arbeit, Ruddy. Du hast den Affen zurückgebracht. Okay, Ruddy. Du bleibst hier und passt auf die frechen Affen auf. Und was auch passiert, lass den kleinen Affen auf keinen Fall entwischen. Und was auch passiert, lass den Affen auf keinen Fall entwischen. Oh, ha, 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 ha. Orphel, kein Affe. Orphel, zaubert ihr. Orphel, nach Hause. Orphel, vermisst Männer. Rottie, ich dachte, du bist der einzige Affe, der niemals frech ist. Du solltest den Affen nicht entwischen lassen. Du hast nicht gehört. Ich bin sehr enttäuscht. Hä? Du bist kein Affe? Nein, das ist kein Affe. Das ist mein Zaubertier Morphel. Er hat sich nur in einen Affen verwandelt. Das tut mir leid, Morphel. Ich dachte, du wärst einer der frechen Affen. Darum hast du auch nicht auf mich gehört, Rottie. Du wusstest, dass Morphel kein Affe ist, oder? Du wolltest ihn nur nach Hause bringen. Zu Mila. Du warst überhaupt nicht frech. Lass uns nach Hause gehen, Morphel. Morphel will zurück zum Affenhaus. Morphel will mit Affen spielen. Oh nein! Mr. Vanderbusses Hund Barky jagt Teacup. Los doch, schnapp ihn. Morphel, ihr habt jede Katze, die er sieht. Nicht alle Katzen. Morphel, Morphel in einen Tiger. Berkki? Ein Tiger? Hallo, hier ist die Polizei. Ein Tiger jagt meinen armen, unschuldigen Hund Baki umher. Ein Tiger? Wir kommen sofort. Sieht mal, ein ferngesteuertes Auto. Toll, bitte rette T-Cup. Ein Tiger. Oh! Oh! Er... hahaha... Ich habe eine Idee. Morpho. Morph in eine Maus. Katzen, jagen gerne Mäuse. Es war kein Tiger. Oder eine Maus. Es war Morpho. Super. Jetzt, wo wir alle hier sind, hören wir auf, uns zu jagen und haben lieber Spaß zusammen. Mir scheint, dieser Hund jagt wirklich gerne Katzen. Morpho, gerne jagen. Als Polizist liebe ich es, Verbrecher zu jagen. Ja. Ich schätze, jage macht großen Spaß. Wir können uns ja gegenseitig fangen und Spaß zusammen haben. Spielen wir fangen. Okay, Polizist. 10 bis 10 und dann versuch uns zu fangen. 7, 8, 9, 10. Ich komme. Ich habe euch alle gefangen. Nein, nicht alle. Er hat Ticap nicht gefangen. Du bist dran, Ticap. Er kommt, er kommt. Lauft weg, lauft weg. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Das ist meine große Box furchterregender Monster. Scheisse, wie dann? Oh nein! Ich muss die Polizei rufen! Muffel mit Monstern spielen! Nein, Muffel! Hallo? Hi! Ein paar meiner bösen Monster sind vorhin entwischt. Schon unterwegs! Rottel, wir spielen! Muffel, neue Freunde machen! Muffel, die Monster haben Angst vor dir! Du bist ein furchteinflößendes Monster! Muffel, furchteinflößend? Die Monster finden dich furchteinflößend, ich nicht! Ich finde, du bist ein Kuscheltierchen! Man darf Leute nicht erschrecken, Monster! Muffel! Muffel, verwandel dich! Zurück! Muffel, kein echtes Monster! Hä? Muffel? Die Monster aus dem Zaubertiergeschäft erschrecken alle! Aber Muffel ist kein echtes Monster! Ah, die echten Monster! Hören auf, alle zu erschrecken, ihr Monster! Muffel, wofel! Muffel, wofel! Muffel, wofel! Muffel, wofel! Muffel, wofel! Muffel, wofel, 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 w Die Monster haben Angst vor Morphel. Du bist ein furchteinflüssendes Monster. Ihr müsst keine Angst vor Morphel haben. Er ist ein Freund von mir und er ist eigentlich ganz süß und weich. Hier, streichelt ihn. Seht ihr? Es ist nicht schön, Angst zu haben. Ist das nicht wahr, Monster? Ihr solltet auch niemanden ängstigen. Ich finde, die Monster sollten Leuten helfen, keine Angst vor gruseligen Sachen zu haben. Ja, so wie ich euch geholfen habe, keine Angst vor Morphel zu haben. Ich habe Angst vor dem Arzt. Das Monster hat keine Angst vor dem Arzt. Du musst auch keine Angst haben. Ich habe Angst vor dem Radfahren. Das Monster hilft dir, keine Angst zu haben. Morphel, ich habe Angst im Dunkeln. Morphel hat auch Angst. Aber unsere neuen Freunde helfen uns, weniger Angst zu haben. Oh nein, meine Schafe sind weggelaufen. Schau mal, der Bauer braucht unsere Hilfe. Morphel, Morphel, in einen Hütehund. Morphel! Morphel, in einen Hütehund. Möp, in einen Hütehund. Morphel, in einen Hütehund. Gehen wir, Mila und Morfel. Wir haben auch ein Schaf zu verkaufen. Dieses magische Zuckerwatte-Schaf. Wundervoll. Das ist der einfachste Weg, um Zuckerwatte für ihre Kirmes zu machen. Sehr lecker. Ich hätte gerne 20 magische Schafe. Äh, aber das ist ein Zaubertier. Das gibt's nur einmal. Nur eins? Das ist nicht genug. Ich passe. Jetzt müssen wir ohne ein Geschäft nach Hause gehen. Papi, können Morfel und ich mit dem Zuckerwatte-Schaf spielen? Ja, klar. Das Schaf ist so süß. Hey, Zauberschaf, lass das. Das ist nichts für Schafe. Wow, Morfel. Jetzt haben wir zwei Zuckerwatte-Schafe. Äh, ich glaube, das ist passiert, weil es die Süßigkeiten gefressen hat. Morfel, schau. Morfel, Morfel in einen fliegenden Hund. Morfel in einen fliegenden Hund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir treten es mit euch. Hey, Süßigkeiten sind nicht zu schärfe. Jetzt fliegen die hier wieder weg. Morphel, treibe sie hinten in meinen Zaubertiertransporter. Bis zum nächsten Mal. Gut gemacht, Muffel. Ich sagte doch, ich brauche 20 von den Tieren, sonst passe ich. Wow. Vielen Dank.